Hallo meine Lieben. Ja, das ist der Tag 4. Das heißt für uns 60 Squats. Geht nun in den schulterbreiten Stand. Da möchte ich in eine Hand dazu. Das ist eine richtig krasse Challenge heute. Das Gesäß geht nach hinten. Der Bauchkörper ist immer schön stabil. Der Bauchnabel zieht immer schön zur Rippelsäule. Und dann heißt es jetzt, come on, fuck you Schweinehund. Und 60 Stück. Das ist gut. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, noch 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zehn, sechs, fünf, kämpft, ich tu es. Zwei, und die letzten zehn, come on. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, come on. Zwei, fünf, vier, drei, die letzte, zwei, und die letzte, halten, halten, halten. Wir haben noch so eine Pause.